äh, deutsche Memes XUNAAA Ey, es fängt einfach in zwei Wochen wieder die Scheißschule an Ich muss wieder die ganzen Scheißspastis sehen und wieder flir aufstehen, Mann! GAR KEIN BAUK! Gun Game Gary Memph 2 Moin Moin, der Feier Dich Mega Kannst du Anna aus Lecken grüßen? Hallo, ich bin Kevin Teller und ich bin sehr männlich Naja, du bist männlicher geworden So mache? So, und das abschicke und mich dann selber einschlage Alter! Das ist halt einfach ein krasser Streamer Moin Monte, auf einen geilen Stream kannst du mir sagen was gegen Vermissen hilft wegen Freundin Wiedersehen Was schätzt du denn, was ich so akrobatisches beruflich mache? Boah, irgendwas mit Sport auf jeden Fall, ne? Ist auch eine Art von Sport, ja Reiten, oder was? Spaß, nein, Spaß, jetzt hab ich keine Ahnung jetzt bin ich verwirrt eigentlich, nur Sag's ihm, sag's ihm Okay, ähm, ich bin Darstellerin für Erwachsenenunterhalt Also so, Komödie, oder wie? Hey, was geht? Alles klar, oder was? Allge, allge, allge Ein Schüler zeigt uns bereitwillig sein Handy Schlimme Sticker seien da eigentlich nicht drauf, sagt der 13-Jährige Doch dann werden wir überrascht Und dann ist hier ein Hitler-Sticker Adolf Hitler Best Gamer 6 Millionen Kills Also, ich gucke mir sowas eigentlich nicht an Warum hältst du nicht einfach die Fresse? 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 Hey, there you are, don't what's it like in your city I'm a thousand miles away, but girls in my geöre Es hört nicht auf! Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das gibt's nicht! Das kann nicht sein! Rosen sind rot Es wird sehr kalt im Dezember Ich verlose diesen Rentner So, jetzt kommt da nochmal eine richtige Ladung hinten raus Wir kommen nach Mallorca, die wir haben hier so viel Spaß, ja? Und auch scheiße, mein Auto! Ah! Ah! Der König der Piraten Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Ich bin jetzt Body machen! Und ich bin jetzt vor allem so viel Spaß! Das ist das für ein maler Fresse, das ich mir gesehen habe,. Ich bin jetzt auch fertig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das für ein Laien? Ich bin jetztчески für ein Laien. Ich bin jetzt doch der saferer Fresse nicht. Ich möchte dir etwas sagen. Ich bin total verknallt. In James. Er geht aus. Trick 17. Pfeifett in den Chat. Wenn das voll ist, tropft es langsam, langsam hier rein. Sagt ehrlich. Kein YouTuber weg. Professionelle Handwerker im Scheiße machen. Sechs Stunden später. Oh, was ist denn hier verkehrt gelaufen? Oh nein. Hey. Ja, wer mir gegenüber sitzt, muss ich glaube ich gar nicht erklären. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Toxic. Wir kommen wieder. Ja, 100%. Täglich frisches Zeug. Wirf meinen letzten Blick auf die Heimat. Hierher können wir nie mehr zurück. Halt je. Steige aus dem Bett. Dreh den Swagger hoch. Schaue kurz in den Spiegel. Sag what up. Dreh sie nochmal unterbischt. Oh nay! Und dann haben wir da, für heute. Bis zum nächsten Mal. Let's go. Oder oder Ich? Wir deslen.